Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und die Schwäne neigen sich hier am Rhein, dem Sonnenschein, der endlich herauskam. Und Sonne gab es auch am Bodensee, wie hier in Konstanz, die setzte sich langsam gegen den Nebel durch. Und der Nebel wird das Thema sein in den kommenden Tagen, vor allen Dingen in der Mitte und im Süden, unter diesem kräftigen Hochjörn. Das heißt, in der kommenden Nacht haben wir verbreitet Nebel und Hochnebel in den Niederungen. Entweder verdichten sich die Nebelfelder oder breiten sich nur aus. Wir haben ja am Oberrhein fast den ganzen Tag Nebel gehabt. Im Norden klart der Himmel auf. Die Temperaturen liegen so bei minus 1 bis minus 5 in Alpennähe, bei bis zu minus 10 Grad. Kalt ist es auch am Oberrhein beispielsweise oder an der Donau bei minus 6 Grad. Tagsüber hält sich der Nebel in den Niederungen längere Zeit, vor allen Dingen in der Mitte und im Süden. Absatz des Nebels ist es sonnig, vor allen Dingen im Norden Deutschlands, aber leicht dunstig. Mit Sonnenschein sind es leichte Plusgrade, mit Nebel leichte Minusgrade. Und der Wind kommt ganz, ganz schwach daher. Er ist nur noch im Norden spürbar aus südwestlichen Richtungen. Der Silvestertag bringt den Küsten vereinzelt ein bisschen Regen und leicht auffrischenden Wind. Sonst Sonnenschein im Norden, in der Mitte und im Süden viel Nebel und Hochnebel. Das Ganze bei Dauerfrost. Im Norden sind es Plusgrade. In der Silvesternacht, da geht Gernot Schütz noch genauer drauf ein, hier auf Wetterkommen, haben wir an den Küsten vereinzelt Regen, vor allen Dingen Richtung Dänemark. In der Mitte und im Süden viel Nebel und Hochnebel. Auf den Bergen ist es klar. Und auf den Bergen sind es auch um die 0 Grad. Zum Mitternacht haben wir dann Tiefstwerte in Alpennähe von um die minus 10 Grad, sonst zu minus 2 bis minus 7 Grad. Es wird ziemlich kalt und fühlt sich auch kälter an. Dann beginnt das neue Jahr mit Nebel und Sonnenschein. Von Nordwesten her ziehen Wolken mit Regen auf. Und am Montag überquert uns eine Regenfront, die in Schnee übergeht. Und am Dienstag gibt es noch ein paar Schneefälle in Alpennähe. Im Nordosten ist es eher nasskalt mit Regen und Schnee, so wie Wind. Und der 16-Tage-Trend für Bayreuth zeigt im neuen Jahr ein paar Schneefälle bei leichtem Dauerfrost. Dann noch mal ein kurzes Aufbäumen in den Plusbereich mit ein paar Regen und Schneefällen. Und dann sind sich die Modelle einig, geht es in den sonnigen und scharfen Dauerfrost. Notfall